In der jetzigen Situation wird viel über E-Learning gesprochen, über digitale Bildung und man könnte der Meinung sein, E-Learning steht aktuell vor einem Durchbruch in der aktuellen Krise in der Frage, wie können wir Bildung gestalten. Wir finden eine Reihe von Anbietern, die momentan aktiv werden, ihre Produkte kostenlos zur Verfügung stellen und ja, mancher kommt auf uns zu und sagt, das muss doch für euch großartig sein. Jetzt ist doch die Chance für den Durchbruch der Digitalisierung in der Bildung gegeben und am Learning Lab merken wir, so eine Begeisterung kommt nicht bei uns auf. Wir beobachten diese Situation mit ambivalenten Gefühlen und ich möchte Ihnen diese Gedanken einmal nahe bringen, vielleicht auch als einen kleinen Input zu der aktuellen Diskussion, die sich ja eben vielfach auch online vollzieht. Wenn wir unsere Erfahrungen zusammenfassen mit der Digitalisierung in der Bildung, mit Projekten, die wir in den letzten 20 Jahren am Learning Lab in Zusammenarbeit mit Institutionen, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung, betriebliche Bildung gemacht haben, dann können wir sagen, wir haben zum einen Initiativen von einzelnen Lehrkräften, das sind Pioniere, deren Reichweite in ihrer Organisation ist aber oft begrenzt. Sie können als Leuchttürme aufzeigen, wie man Medien im Unterricht einsetzen kann. Das sind ganz wichtige Impulse und Erfahrungen. Dann geht es aber darum zu verstehen, dass Digitalisierung ein organisationaler Veränderungsprozess ist, der unter anderem von der Leitung gestützt sein muss, bei dem klar ist, es braucht eine Rahmung, es braucht dafür gewisse Projekte, Maßnahmen, Meilensteine, die zu definieren sind. Dazu braucht es Ressourcen, es braucht Unterstützung durch was auch immer technischer, organisationaler, pädagogischer Unterstützung und eben auch strukturelle Rahmenungen, die diese Veränderungsprozesse ermöglichen. Es braucht Gelingensbedingungen, unter anderem die Wertschätzung untereinander, die Fehlertoleranz, es braucht Vertrauen, es braucht ein Gemeinschaftserleben und auch ganz schlicht und einfach Spaß, Freude am Neuen, am Ausprobieren. Und wenn wir das mit der jetzigen Situation einmal kontrastieren, dann stellen wir fest, positiv ist es, dass nun eben die einzelnen Lehrkraft Rückenwind bekommen, dass sie die Ermutigung haben, etwas auszuprobieren. Das ist sehr gut und sehr wichtig, aber die einzelne Lehrkraft ist natürlich vielfach auf sich ganz alleine gestellt. Das Ganze ist nicht eingebunden in einen systematischen, organisational integrierten Entwicklungs- und Veränderungsprozess. Firmen drängen auf einen neu entstehenden Markt, sie versuchen sich ihre Marktanteile zu sichern. Dies finde ich ist in der Situation durchaus okay, aber wir müssen eben halt verstehen, dass das nicht die Lösung ist für die Schulen, dass das nicht hinreichend ist, jetzt auf die ein oder andere Technik aufzuspringen, sondern im Grunde genommen müssen wir verstehen, dass dies halt doch ein komplexerer Veränderungsprozess ist, der halt eine ganze Organisation betrifft. Wie arbeiten wir? Wie organisieren wir die Online-Elemente? Wie vollziehen sich da Prüfungen, Lernaufgaben und so weiter? Wer ist für was zuständig? Im Ende geht es mir um die Frage, ist es möglicherweise auch mit einer Überforderung verbunden für die Lehrkräfte? Haben wir möglicherweise auch falsche Erwartungen an eine digitale Bildung? Ist es möglicherweise so, dass ja, dass in dieser aktuellen Euphorie oder auch in dieser notgedrungenen Euphorie in der Hinwendung zu digitalen Medien möglicherweise falsche Erwartungen entstehen, als ob wir nun durch die digitale Technik einen Schlüssel haben, um mit dieser Krisensituation in der Bildung tatsächlich umzugehen? Wenn wir das kontrastieren, einerseits die Erfahrungswerte, die existieren aus den Projekten zur Digitalisierung in der Bildung und der jetzigen Situation, dann merken wir, im Grunde genommen sind die Voraussetzungen für diesen Wandel denkbar ungünstig. Und es bleibt die Frage, können wir in der jetzigen Situation diese Erfahrungswerte in irgendeiner Weise aufgreifen? Und könnte man die Einrichtungen dazu ermutigen, aus diesen Erfahrungen etwas zu nutzen und eben nicht einfach es auf die einzelne Lehrkraft zu übertragen und zu sagen, jetzt probiere halt mal was aus, sondern zu überlegen, wie können wir diese Rahmen schaffen, dass Lehrkräfte gemeinsam sich auch unterwegs auf den Weg machen, hier versuchen etwas zu entwickeln. Und ich will auch für die Forschung die Frage stellen, was bedeutet das für uns? Zum einen müssen wir natürlich auch mit der Unsicherheit umgehen, ob die bisherigen Befunde auch stimmen. Also sprich, ist in der Krise möglicherweise auch mit anderen Überlegungen zu rechnen? Müssen wir hier andere Gedanken aufgreifen, auch andere Ansätze verfolgen? Stimmen unsere bisherigen Erkenntnisse und Überlegungen? Vielleicht sollten wir uns auch überraschen lassen, dass in der jetzigen Situation vielleicht auch manches anders funktioniert. Denn vielleicht unterschätzen wir auch die Krise. Vielleicht schafft sie auch andere Wege des Lernens, des Umgehens mit der Technologie, die in den vorigen Jahrzehnten so wir noch nicht beobachten konnten. Also insofern müssen wir da auch vielleicht die eben genannten Punkte wieder etwas zurücknehmen. Und für die Forschung, glaube ich, ist eine besonders wichtige Frage auch nachzudenken, was bedeuten die aktuellen Krisenerfahrungen für Bildung nach der Krise? Was bedeutet das für das Lernen? Was bedeutet das für Bildungsinstitutionen nach der Krise? Wie werden wir dann mit den Erfahrungen, die die Menschen auch mit diesen Online-Tools, mit den digitalen Werkzeugen gemacht haben, wie werden sie nach der Krise Bildung gestalten? Welche Optionen tun sich da auf? Auch das, denke ich mir, ist wichtig, dass wir nachdenken. Also summa summarum ist mein Plädoyer, ja, lasst es uns ausprobieren. Was wir mit den digitalen Medien momentan machen können. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen müssen wir feststellen, die Rahmenbedingungen sind nicht günstig für die Gestaltung eines digitalen Wandels in der Bildung. Wir dürfen also die Lehrkräfte nicht alleine lassen und glauben, dass sie jetzt als Individuen, als Einzelpersonen diesen Wandel bewältigen könnten. Wir überschätzen sie an dieser Stelle. Aber gleichzeitig unterschätzen wir vielleicht auch die Krisensituation, die möglicherweise ganz neue Wege zur Veränderung in der Bildung führen werden. Und insofern müssen wir uns in der Forschung vielleicht auch darauf einstellen, was es bedeutet, in der Zukunft, in einer Situation nach der Krise, über die digitale Digitalisierung und Bildung im Ganzen nachzudenken. Vielen Dank. Vielen Dank.